Drei Stunden zu spät. Ich fahr auf der Beerdigung ihres Vaters. Hätte gefruchtet, wenn mein Dad noch hier wäre, aber jetzt hab ich das Sagen. Ich arbeite für den Antichrist. Sie gehören mir, so ein kleines Würstchen. Wenigstens belästigt ich dein Boss nicht sexuell. Ich finde, dein Boss klingt gar nicht so übel. Müssen wir bis an unser Lebensende unglücklich sein? Jeder bringt den Boss von einem anderen um. Cool. Du gewinnst keinen Marathon ohne Pflaster auf den Nippeln. Ich verstehe nicht. Kill the Boss. Nur im Kino. Kill the Boss.